Guten Abend, ich will Ihnen heute dieses Buch vorstellen. Es ist frisch herausgekommen beim Govinda Verlag, wo auch die Bücher von Christina Dreyen herausgekommen sind. Es ist von einem holländischen Musiker geschrieben, Tim Tober, hoffentlich sage ich das richtig. Es heisst Time Bender, übersetzt Time Beaker. Übersetzt hat es der Verleger des Govinda Verlags, Ronald Zürer. Und eben sah ich auf YouTube, auf der YouTube-Seite von Tim Tober, dass Zürer und Tober zusammen dieses Buch präsentiert haben. Ihre Freude darüber, es sind schon 3.000 verkauft. Auch darum sagt Ronald Zürer, weil Christina von Dreyen es in einem Newsletter empfohlen hat. Ich habe dieses Buch bestellt und in den letzten Tagen gelesen. Gestern Nacht spät wurde ich fertig. Und ich muss es heute besprechen, obwohl das fast unverantwortlich ist. Man könnte noch so viel darüber forschen und lernen und nochmals lesen. Aber die Zeit, es kommt wieder ein neues Morgen. Übrigens meine zweite Impfung habe ich morgen. Und aus Erfahrung weiss ich, dass wenn ich etwas nicht sofort mache und die Zeit vergeht, dann bleibt es liegen. Wie so viele andere Projekte. Also, zu diesem Buch. Es ist eine Art autobiografischer Roman. Oder ich muss vielleicht sagen, eine spirituelle Autobiografie. Von diesem holländischen Musiker, heute auch Meditationslehrer. Er hat in den 80er Jahren begonnen, seine spirituelle Suche. Und er hat nichts ausgelassen. Und alles ist irgendwie dann noch erwähnt in diesem Buch. Die Reise nach Indien, nach Mexiko, zu dem Ayahuasca-Ritual mit den Schamanen. In Colorado die Belehrungen. Und er trifft da in seinem Leben eben immer wieder diesen Tim Bender. Der, der wie ein spiritueller Lehrer ist, oder wie es im Untertitel heisst, der Mann, der kam, um die Erde zu retten. Hoher Anspruch. Dieser Tim Bender ist so etwas wie ein spiritueller Lehrer, der sich diesen Autor oder diesen Mann ausgesucht hat, ihm eine Aufgabe zu geben und eine Schulung durchzumachen. Er erscheint auch immer dann wieder, wenn etwas Nächstes fällig ist. Also er schickt ihn in die Schule. Er erscheint auf einem Plakat. Und da steht ein Name. Und da geht dem nach. Er muss nach Indien diese Meisterin suchen. Ich habe, die wird da genannt, in Rajasthan. Ich habe das dann gegoogelt. Ich war plötzlich unsicher, fantasiert er? Oder ist das eine reale Begegnung in Indien? Und ich fand diese Meisterin. Sie ist letztes Jahr gestorben, im Alter von 104 Jahren. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie er in diesem Ashram war und wie er da auch seine Einführung in Raja Yoga bekommen hat und auch vieles da gelernt hat über die indische Lehren von der Entstehung der Welt, wie der Mensch sich langsam inkarniert. Schlussendlich, am Schluss des Buches, nachdem Bender ihm immer wieder erschienen ist, erhält er die Aufgabe, den Menschen etwas beizubringen, beizubringen, das, was er da gelernt hat. Und das ist vor allem das Kennenlernen der Eltern, unserer Eltern, unserer aller Eltern. Und das sind alte Göttergeschichten. Das sind diese Geschichten, die in der Urzeiten stattgefunden haben, auch mit Kämpfen und mit Verletzungen und Wunden. Aber wir haben diese Geschichte zu kennen und sie wird in diesem Buch dargestellt. Und wir haben dann als zweites diese Traumatas, die auch noch in uns sind, zu heilen, ihnen bewusst zu werden. Und als drittens eine Empfehlung dann, wie man sich jetzt weiterentwickeln kann in höhere Dimensionen. Das ist die Aufgabe, die der Autor von diesem Bender erhalten hat, der eigentlich nicht auf der irdischen Ebene lebt, aber dann immer mal wieder erscheint als reale Person oder so wahrgenommen wird vom Autor. Er hat damals den Auftrag bekommen, darüber ein Buch zu schreiben. Er hat sich das nicht vorstellen können. Schlussendlich einigt er sich mit Bender, dass er das als Roman macht, als autobiografischer Roman. Und im Roman hat man ja gewisse Freiheiten. Und man darf auch ein bisschen fabulieren und erfinden. Und mir war nicht immer so klar, was ist jetzt echt, was ist jetzt einfach noch der Story halber dazugefügt. Aber eben schon bei diesen indischen Lehrerinnen habe ich gesehen, das ist eine reale Begegnung. Ich bin nicht allem nachgegangen. Auf jeden Fall ist er immer mal wieder in Amsterdam zurück und bekommt wieder neue Aufträge. Den Inhalt des Buches hatte ich eigentlich vor, entlang den Kapiteln vorzustellen. Vielleicht mache ich das noch. Aber ich mache jetzt zuerst ein paar allgemeine Bemerkungen über die neue Religion, die hier präsentiert wird. Eine Religion, die eben mit den Bildern der heutigen Naturwissenschaft, mit der Welt der Science Fiction, der Computer Games. Das ist eigentlich die Welt, in der die junge Generation oder viele Menschen heute leben. Und mit dieser Bilderwelt wird hier die Impulse von oben oder die Erinnerung an die geistige Welt beschrieben und wahrgenommen. Das ist eine total andere Sprache als das, was jetzt die traditionellen Religionen aus ihrer Tradition haben. Es ist die Bilderwelt, die Voraussetzungen, die Imaginationen des heutigen Menschen. Und hier komme ich auch zu dem Punkt, wo ich sagen muss, vieles in dem Buch konnte ich trotzdem empfangen, obwohl es nicht meine Sprache und meine Bilderwelt ist. Da geht es eben zum Beispiel um die Überwindung des Materialismus, was natürlich überhaupt ein Phänomen ist der neueren Zeit und eine Krankheit der neueren Zeit, dass wir hier vom Materialismus so beherrscht sind, dass uns die Entstehungsgeschichte der Menschwerdung, die über Millionen, Milliarden von Jahren gedauert hat, und nicht einfach ein Zufallsprinzip ist, rein materialistischer Art, bis wir hierher gekommen sind, sondern nein, diese Menschwerdung ist ein wunderbares, von einem Game-Maker entworfenes Spiel, in dem es Möglichkeiten gibt, davon abzuweichen, das wird wieder eingefangen, das wird durch Karma abgetragen. Und das sind verschiedene kosmische Völker oder Kreaturen oder Bewohner anderer Planeten mit ihren Kulturen, mischen sich da ein. Der Mensch aber ist ein ganz zentrales Entwicklungsprojekt dieses Game-Makers, wo sich auch immer wieder viele andere interessieren, das Okkupieren, das Geheimnis stehlen wollen, den Menschen hindern in seiner Entwicklung, weil sie Angst haben, dass er, oder sie wollen Besitz nehmen von den Errungenschaften dieses wunderbarsten Kreationen, nämlich des Menschen auf Erden. Und hier werden dann auch Symbole kommen ins Spiel, wie die Bundeslade, das goldene Vlies, aber sie werden irgendwie doch auch in dieser Sprache aus der heutigen Welt, die eigentlich aus der materialistischen Welt stammt, gebraucht und zum Teil auch in meinen Augen halt missbraucht oder ein bisschen verzerrt. Aber eben diese Idee, die ich kenne von anderen Autoren, dass höhere Wesen seit Urzeiten an diesem Projekt der Schöpfung arbeiten, dass selbst die Erde und die Menschwerdung immer mal wieder in Katastrophen kommt, aufgelöst wird und noch mal sich inkarniert, tiefer inkarniert. Und in der tiefsten Inkarnation, da ist eben die Zeit, wo der Mensch alles vergessen hat, seinen himmlischen Ursprung, und er wird ausgenutzt. Er kann wie von Parasiten benutzt werden, die von ihm leben, die ihn anzapfen. Aber die Rettung ist natürlich auch da. Es kommen jetzt Hilferufe. Gaia, die Erde selber, hat eigentlich einen Hilferuf ausgesendet. Bender kommt im Auftrag von Gaia, der Erde, ein griechisches Wort für Erde, und sie verspricht jetzt bald höher zu schwingen, aber die Menschen müssten da mitmachen. In diesen Prozessen der Evolution, der spirituellen Evolution, da gibt es auch solche Wesen, die eine Aufgabe haben, die den Menschen eigentlich eben herunterführen in dieses Vergessen, die quasi eine böse Aufgabe übernehmen. Das wird dann auch anhand der Paradiesgeschichte reflektiert. Die Menschen hatten das volle Leben im Paradies, und Jachwes hat darüber gewacht, dass sie ja nicht noch mehr wollen. Und andere haben dann diese Verführung organisiert. Dann kommt Luzifer ins Spiel, der da eine ganz eigene Geschichte hat in diesem Buch. Und der Mensch wird aus dieser Herrschaft, aus dieser Tyrannei Jachwes entlassen. Jachwes hat da überhaupt dann eine seltsame Rolle. Es gefällt dann auch so ein Satz wie der Jachwes, der Gott des Alten Testaments, der ein eifersüchtiger, gewaltmäßiger. Sätze, die gefährlich sind, weil sie so Glisches übernehmen, denn dieser Gott des Alten Testaments ist viel mehr. Das sind Texte über tausend Jahre, da gab es so viele Art von Gotteserfahrungen, die da eingeflossen sind. Der wurde universalisiert durch die Propheten im babylonischen Exil, geweihtet, und Jesus konnte das aufgreifen. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Er ist kein Theologe, und er benutzt dann immer mal wieder diese biblischen Storys, hat zum Teil auch Verwechslungen mit dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis. Das ist nebensächlich eigentlich. Aber es geht darum, dass er überhaupt diesen Ursprung des Menschen hier erinnert. Dass wir von grosser Abstammung sind und dass man auf uns hofft und dass einige uns hindern und dass einige uns suchen und den Weg bereiten. Auch die Geschichte des Bösen wird aufgezeigt. Auch hier muss ich einen Nebensatz machen. Er sagt dann, es sei nicht der Teufel der Bibel, der nur böse sei und verführt. Das biblische Konzept des Bösen ist sehr komplex. Und da sind verschiedenste Traditionen gemischt. Eben darum hat auch die Theologie mir. Es gab auch Zeiten, wo man den Satan gar nicht kannte. Ein eigenes Kapitel. Was ich auch mitgenommen habe, ist, die Erde ist schön. Die Erde ist sexy, wie er dann manchmal sagt. In fast zu erotischen Fantasien, die ihn persönlich treffen. Auch in der Bibel heisst es in der Schöpfung. Und Gott sah, dass es gut war nach jedem Tag. Die Erde ist nicht etwas Mitleidungswürdiges, ein gescheitertes Projekt. Es hat auch in der Bibel eine grosse Mission. Sie wird verwandelt in eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und Erde. Dort ist es dargestellt in den Bildern der alten Kulturen. Was hier jetzt eben mit Bildern der Science-Fiction und der Computerspiele erzählt wird. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes, auch nach der Schöpfungsgeschichte. Hier ist er einfach das Neidprodukt der ganzen kosmischen Wesen. Alle wollen da mitmischen. Und am Ende ist nach der Bibel eben der Mensch erhoben und in die neue Welt Gottes integriert. Aber das sind Elemente, die alle da auch vorkommen, einfach in einer anderen Sprache. Und das hat mich so auch erfreut. Oder genährt. Eben noch ein paar Stichworte zu der Befremden. Der von Däniken kennt man in der Schweiz. Er hat auch den Mystery Park aufgebaut. Den habe ich besucht. Seit Jahren, seit 40 Jahren erzählte er von UFOs, von Außerirdischen, die auf der Erde geholfen haben, Pyramiden zu bauen. Er versucht, das zu beweisen. Und ich habe immer gedacht, Herr von Däniken, Außerirdische, das kennen ja alle Kulturen, aber das sind geistige Wesen. Das sind Engel, das sind höhere Hierarchien von Kreaturen, die schon vollendet sind, die mehr können, die uns begleiten und unsere Entwicklung fördern. Warum müssen die so mit Raumschiffen kommen? Und das gibt andere Wege. Der menschliche Geist ist das Medium, damit zu kommunizieren. Da gibt es Inspiration, Imagination. Hier aber wird eine andere Sprache verwendet in diesem Buch auch. Die Rolle der UFOs ist fast erschreckend, zentral. All die 17 schönen Kapitel hat er mit Zitaten bestückt von Leuten, die von UFOs berichten. Das sind zum Teil Astronauten, Präsidenten, die eine Ahnung von UFOs hatten. Ja, die Neuzeit hat eben diese Offenbarung der jenseitigen Welt auch zum Teil eben mit den Mitteln ihres Materialismus. Ich werde darauf noch kommen. Was mich auch nicht befremdet, aber die geistigen Welten, die Himmel, die in der Bibel auch geschrieben wird oder in der Kabbalah, natürlich immer aus verschiedener Traditionen, die sind hier vereinfacht. Es gibt die 3D-Ebene, die dreidimensionale hier, in der wir uns befinden. Und es gibt dann 4D, das ist so eine Zwischenwelt, wo es ein bisschen schwieriger ist, noch nicht vollkommen, aber wo man viel mehr sieht. Es gibt 5D und 6D. Ja, das ist die mathematische, naturwissenschaftliche Welt, die hier beschrieben wird, um geistige Prozesse, geistige Entwicklungen zu beschreiben. Ich muss mich da vielleicht dran gewöhnen, noch widerstrebt mir das, diese Begriffe so zu gebrauchen. Auch der Begriff der Schwingungserhöhung ist so ein Schlüsselbegriff. Die Erde hat ihre Schwingung erhöht. Auch wir müssen jetzt unsere Schwingung erhöhen, um dann eben zu uns selber zu kommen, unser Höheres Selbst wieder zu integrieren. Schwingung ist für mich mal etwas sehr Neutrales. Ich meine, es gibt ganz tiefe Töne, tiefe Schwingungen, die sind im Kontext von irgendeinem Musikstück sehr stark und schön. Und es gibt dann hohe, hohe und tiefe können schlecht und gut sein. Also für mich ist das kein Kriterium, einfach höher schwingen. Aber es ist diese Sprache, höhere Schwingung ist besser. Dann eben die Computerwelt, die mir in diesen spirituellen Texten begegnet. Es geht um Backups, die man irgendwie vom menschlichen DNA mal machen muss. Es geht darum, etwas herunterzuladen vom Höheren Selbst. Aber das ist die Sprache, die man heute vielleicht wirklich eher versteht als Inspiration oder Begriffe aus der alten Tradition. Und eben dann auch diese biologischen Begriffe wie Gott-DNA. An der DNA hängt quasi das Geheimnis der weiteren Entwicklung der Menschen. Man wollte das mal verändern, man wollte es stehlen, man wollte es unterdrücken. Und die Bundeslade und das Goldene Fließe, das hängt alles damit zusammen. Aber wir selber sind eigentlich der Schlüssel. Das kommt ganz am Anfang des Buches. In uns lebt dieser Schlüssel zur neuen Welt oder zum besseren, höheren Wesen, zur Erinnerung. In jedem von uns ist das angelegt, in jedem Menschen. Aber das ist auch biblisch so gesehen, alles sind eben Bilder Gottes. Auch die Leute, die das eben vergessen haben oder wie man traditionell gesagt hat, die Sünder. Das lebt in ihnen, da ist die Möglichkeit zur Umkehr oder eben zur Erneuerung, wie man das dann auch immer geht. Auf Seite 246, da ist für mich eine Schlüsselpassage, die mich auch zu diesen Befremden etwas beruhigt hat. Und ich will da nur ein kleines Stück mal lesen. Da sagt er es eben selber, wie diese neue Religion zustande kommt. Da spricht Aloias, eine Frau aus England, die er auch besucht und die eine grosse Rolle spielt. Die sagt, er erinnert sich. Im Grunde ist es nämlich völlig irrelevant, wie außerirdische Aussehen oder welche Kleidung sie tragen. Denn sie besitzen gar keine dreidimensionale Gestalt. Wenn sie sich uns zeigen, passen sie sich unseren Vorstellungen, unseren Geschichten und Mythen an. Das heisst, wir sehen sie nicht so, wie sie tatsächlich sind, sondern so, wie wir sie uns vorstellen. Sie selber stammen ja nicht aus der Dreidimensionalität. Also erscheinen sie für uns in einer Form, die wir verstehen und zu der wir einen Bezug herstellen können. In früheren Zeiten nannten die Menschen sie Götter oder Engel und heute nennen wir sie ETs oder Außerirdische. Jede Epoche, ja jeder Mensch erlebt diese Wesen anders, da die jeweiligen Bewusstseinsfilter unterschiedlich sind. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die zeitgenössischen Beschreibungen von Außerirdischen, etwa in Channelings oder in persönlichen Sichtungen, häufig jenen aus amerikanischen Filmen und Serien wie Star Trek oder Star Wars ähneln? Ich denke nicht, dass die Empfänger solcher Channelings oder die vermeintlichen Augenzeugen absichtlich falsche Informationen verbreitet. Vielmehr ist es so, dass sie die Lücken in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Erinnerung mit Bildern füllen, die sie bereits in sich tragen. Durch das Konsumieren solcher Filme und Serien haben sich in unserem Bewusstsein bestimmte Bilder festgesetzt und daher tauchen auch diese wiederum in ihren Beschreibungen auf. Wir alle filtern unsere Wahrnehmungen und unsere Äußerungen durch unsere persönlichen Muster und Programmierungen. Wir alle erleben die Realität nicht objektiv, sondern gefiltert durch unsere mentale Konzepte. Mir ist dabei auch in Erinnerung bekommen, dass Jensei, also Nahtoderfahrungen von Menschen, von Buddhisten oder Hindus, da erscheinen Wesen aus der hinduistischen Kultur, bei Christen aus der christlichen Kultur. Also die Bilder, die wir aufnehmen, die helfen uns nachher quasi die geistigen Impulse zu lesen, zu erfahren. Aber letztlich muss man immer etwas auch selber produzieren, um einen geistigen Inhalt zu empfangen und zu erleben. Und darum diese Unterscheidungen, auch wenn das die gleichen Strahlen sein können, Man erlebt sie durch seine Kultur. Zum Schluss noch eine Ehrenrettung der traditionellen Religionen, die hier teils etwas gar pauschal in einen Topf geworfen werden. Und dann quasi sie sind, wie die Regierung und die Wirtschaft gelenkt von den Kräften, die uns eher in Unfreiheit lassen wollen. Das kann man so nicht von allen Religionen prinzipiell sagen, denn da wird gerungen um genau diese Freiheit des Menschen. Auch die moderne Theologie, die rezipiert hat, was an philosophischen, wirtschaftlichen, sozialen Entwicklungen geschehen ist. Wie kann man da sprechen darüber, was die Rolle des Menschen ist, was seine Möglichkeiten sind. Die alten Religionen, die sind immer auch jetzt in Bewegung, auch der Buddhismus, Hinduismus, Judentum, von so Klischee zu sprechen, dass sie nur dem Dienst der Manipulanten helfen, das wäre nicht gerecht. Sage ich als protestantischer Pfarrer, der natürlich auch zu meiner Religion stehen muss, aber gerade der Protestantismus hat sich sehr bemüht, mit der Zeit zu gehen, vielleicht zu sehr, aber man hat die ganzen spirituellen Traditionen, eben von der geistigen Herkunft der Erde, das ist alles einmal Blackout. Da sind wir vielleicht wirklich auch Teil dieser Verdunkelung, die als notwendig, auch in diesem Buch angelegt ist, dass der Mensch so ins Elend kommt und zur Umkehr geführt wird, durch das Scheitern sich besinnt und im Elend zurückkehrt, wie der verlorene Sohn zu Gott wieder heimgehen will und aufgenommen wird. Die ganze Apokalypse schildert diesen Läuterungsprozess, dass die Menschen durch Katastrophen, die zum Teil nicht einfach vom Satan verursacht sind, sondern inhärent auch in der Schöpfungsentwicklung angelegt sind. Er ist Gott, ist der höchste Spielmacher. Hätte er es besser machen können? Es geht um die Freiheit der Menschenkinder, die eben dann diesen Impuls erfahren müssen, umzukehren, sich zu öffnen zum Ursprung des Sich-Selber-Dienens und dem Anderen dienen. Diese Urkräfte, die in diesem Buch dargestellt sind, dass die ersten Wesen eigentlich Typen waren, die sich selber dienten und solche, die den Anderen dienten. und die haben das ganze Weltentwicklung, das Chaos verursacht oder auch, dass die spielen in diesem Spiel eine zentrale Rolle. Es gibt dann spätere Hierarchien davon, aber die kommen immer wieder vor. Und wenn ich dann so ein Gesetz lese, Matthäus 22, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortet ihnen, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Stammt übrigens aus dem fünften Buch Mose, aus dem Alten Testament. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zitat dritter Buch Mose, 1918. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also dieses Grundgesetz, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist der spirituelle Weg, den auch Jesus wieder in Erinnerung geführt hat. Natürlich kann man auch meditieren und Lichtkreise bilden und arbeiten daran, dass nun diese Transformation stattfindet. Aber diese Liebe, es ist ein schlichter Weg und ich glaube, es ist die zentralste Formulierung, die natürlich immer wieder neu gedeutet werden muss. Gott ist Liebe. Gott ist diese Kraft der Erneuerung. In diesem Buch bin ich einem komplexen System von Göttern und Systemen und außerirdischen Völkern und Kulturen und Kämpfen begegnet. Also eben, ich kenne das auch aus der Anthroposophie von Rudolf Steiner. Vielen ist auch diese Art der Ursprungsgeschichte zu komplex. Steiner hat auch einen philosophischen Weg, wo es eigentlich darum geht, um die Stärkung des Denkens. Das Ziel ist dort, jetzt aktuell im Denken den Geist zu erfahren, im Denken Anschluss zu finden an die geistige Welt, die Mündigkeit des Einzelnen. Auch dieses Buch beschreibt den Weg oder das Ziel in der Mündigkeit des Menschen, die Selbstreflexion und das Aufnehmen dessen, was noch über uns ist, das Integrieren oder Downloaden und so bereichert durchs Leben gehen. Der Monotheismus, wie er vielleicht auch in seinen schädlichen Wirkungen beschrieben wird, beschrieben werden kann, für mich ist er auch ein Wohltat in der Geschichte der Menschheit, auch wenn er jetzt im Islam und im Christentum umstritten ist, vielleicht auch wirklich Streit erzeugt. Aber es ist das Vorbild für die Einheit auch des Menschen als das Ganze. Dieser Yahweh ist ja, ich bin, der ich bin. Und wenn der Mensch das zu sich selber sagen kann, dass er ein eigenes Wesen ist, geborgen in diesem Gott, der selber ein Sein ist, dass ich bin, der ich sein werde, also ein werdendes Sein, dann hat die Mission des Monotheismus eine Aufgabe erfüllt, wo nicht mehr dann einzelne Gesetze als tyrannische Mächte von außen wirken, sondern die Inspiration in Gott uns frei macht, Liebe dann tue, was du willst, in der Liebe zur Freiheit zu kommen. Also das kurz mein Plädoyer, auch die alten Religionen nicht zu vergessen, sondern mit diesen neuen Lehren, die eben mehr von der Naturwissenschaft und von der Science-Fiction-Welt her kommen, im Gespräch zu bleiben und einander voneinander zu lernen. Das soweit mal meine ersten Eindrücke von diesem Buch. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Hey, Masha, bist du gleich nach Hause? Ja, bist du gleich nach Hause? Gut, tschau, Säger, hm? Ja, sie ist schon selber ein Filmstar. Sie wollte am Anfang schon drauf, da habe ich lange gezögert und nochmals mich besser vorbereitet, aber jetzt ist sie noch gekommen und konnte da im Film erscheinen. Gell? Ja.